Moin Freunde, mein Name ist Pat. Ich bin Reiseleiter zusammen mit Lukas hier in Playa de Aro und wir gehen jetzt zum Strand, denn Aspo hat was richtig Geiles gemacht. Die haben uns nämlich einen Pandavgans zur Verfügung gestellt, damit wir hier ein Turnier starten können. Auf geht's! So, wir sind jetzt hier am Strand. Die Nerfgans sind da, die Becher sind aufgestellt, die Leute sind auch am Start und haben auch schon die Regeln erklärt bekommen. Ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten, wie das Ganze funktioniert. Wir haben Mannschaften immer 4 gegen 4. Jeder der 4 Spieler hat eine Farbe, die er abschießen darf und unterm Strich aber nicht aufsammeln darf. Das dürfen dann nur die jeweiligen anderen 3 Spieler der Mannschaft machen. Welche Mannschaft dann nach dieser einen Minute jeweils die meisten Bäche abgeschossen und aufgesammelt hat, der hat gewonnen. Wie das Ganze ausschaut, schau jetzt, zeige ich euch jetzt. VLAJADIE! ARO! IDRM! IDRM! Schau! zum schluss nur noch eine frage leute wie fandet ihr es so das war es auch schon vom nerfgang turnier wenn ihr noch weitere fragen dazu habt oder euch dafür interessiert schaut einfach mal unten im link da findet ihr alle weiteren infos bis dahin